Musik Jo mal die Verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde von Minecraft Hardcore zusammen mit dem Kai Hallöchen! Hallo! Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich warum wir im Startmenü sind Wir können ja einfach direkt mal auf den Server rauf gehen Weil Ich bin am Anmelden Wir sind nämlich im End gelandet Bei Kais Folge, wer das nicht verpassen möchte Direkt mal hingehen Und hier fliegt schon der Enderdrache rum Wir haben nämlich hier schon ganze Arbeit geleistet Wollen wir mal probieren Scheiße, ich treffe ihn nicht Ich versuche ihn mit einem Schwert zu töten Das ist viel lustiger Au! Was ein Wichser, warte Ich treffe ihn auch so Gleil, guck mal, ich hatte ihn getroffen Jetzt rastet er aus Jetzt hast er mich Ich auch, bei mir moppelt er auch schon rum Sag mal, sonst könnt ihr ja nichts sehen Ja, ich sehe schon Warte, lass doch mal einen Stärketrank süppeln Stimmt, können wir auch nochmal Den haben wir auch noch Reinschmeißen Einfach, einfach Stärketrank Einfach alles Noch einen Trank der Direktheilung Wir haben ja noch Ja, hab ich auch direkt gemacht Hä, wir haben ja richtig viel Okay, oh Gott, hast du fressen Ach komm, alles fressen hier Was geht So, jetzt haben wir richtig heftig Jetzt muss er nur nochmal herkommen Der weiß jetzt, dass wir einen Stärketrank gefressen haben Ey Ich glaube, vor allem Goldabbel habe ich auch noch gefressen Komm mal her Äh, gefressen Genau andersrum Goldabbel habe ich auch noch gesoffen Hat er? Ja, oh, oh, Bitch, fight Oh, du Wir haben den Warte, ich glaube, den lockst du auch so ein bisschen her mit den Pfeilen Würde ich mal einfach Ich glaube, wenn du den einmal triffst Mein Trank ist schon wieder zu Ende Welcher Trank? Egal, ich glaube, wir da einfach mal hoch Alter, weißt du, wie viele Tränke ich habe, ey? Gerade drin Ja, aber mein, 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 mein Ding Ja, ich auch Mein Nachtsichtrank ist jetzt aber zu Ende Oh, jetzt Jetzt, 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 jetzt Piss da rum Jetzt wird er böse Jetzt wird er böse Oh Mann Noch einen Stärketrank nehmen Noch einen? Ja, der war schon fast zu Ende Oh Guck mal, jetzt kommt er Oh, jetzt kommt er Jetzt kommt er Hast du gesehen? Richtiger Bitchfight, ey Der hat richtig abgebitcht Salz Jetzt aber bitte Kommst du mal bitte her? Hallo Scheißänderdrache Hier bin ich Hallo Hier sind wir Hier Oh, scheiße Ich habe ihn nicht getroffen Du hast ihn aber dafür einmal getroffen Ja, guck dir, wie viel ich dem gezogen habe Alter, ey Aber du hast auch ein bisschen besseres Schwert als ich Er hebt Stärke, glaube ich, nur drauf, oder? Ja, nee, Schärfe 4 Ja, ich habe nur Schärfe 3 Aber ich habe dafür Verbrennung Aber das bringt ja nicht viel Jetzt kommt er Jetzt kommt er Jetzt gibt es aufs Maul Ja Komm, bei mir hat es geruckelt Guck mal Hast du mal One-Hit gegeben? Ja, warte Schnell den Kürbis abnehmen Damit man das richtig geil sehen kann What the fuck Lol XP, mein Wow, XP Regen Alter Ich bin jetzt für Level 1 Level 33 40 40 55 Haha Lol, Alter Wir haben ihn zerfickt Alter Das war jetzt eigentlich gar nicht mal so schwer wie gedacht Also ich habe echt gedacht Ich bin 57 Das wäre Einfach Äh, wäre schwieriger Guck mal Da Ist das Auge Wollen wir mal draufklicken Ja Zack, guck mal Da ist es weggeflogen Da hinten ist es jetzt Kann man das aufnehmen? Ich weiß es nicht Probier mal abzubauen Nee, kannst du nicht Irgendwie kann man das aufnehmen Mit dem Pisten, glaube ich Ja, ich habe keine Ahnung Wir brauchen das ja aber eigentlich nicht Oder? Ich bin auch schon kurz hinterher Guck mal, einmal ganz kurz hinterher Rasen Guck mal, da ist es Zack Nein Zack Fuck Okay, so Jetzt einmal kurz unsere Rüstung noch aufpflanzen Und Dann gehen wir hier jetzt hoch Und Jumpen hier gemeinsam rein, wa? Warte In 5 4 4 3 2 1 Rein Bing Erfolg erzielt Das Ende Der Minecraft Endscreen Oh, er läuft hoch Aber das dauert immer voll lang, ey Das ist irgendwie ein bisschen langsam hier Ding Dong Ding Dong Da 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 Ding 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 Minecraft Specs Pro BD Craft X64 Ich habe X128 Echt? Ja I see the player You mean Freaks IP Bei mir sind der Kai 24 Ja Hm Yes Du darfst es Es hat jetzt ein höheres Level erreicht, es kann unsere Rüstung Ich weiß nicht, wie Rüstung spricht man das, glaube ich, aus Das ist wichtig Das ist wichtig Das ist wichtig Es denkt, wir sind Teil des Spiels Ich mag diesen Spieler Er spielt gut Ich habe nicht gebt Gebt Ja Es ist Wir sind Wir sind Worte Auf Einen Screen Das ist Ich kann das nicht so schnell lesen. Hör auf auf dem Mikro rum zu röbeln, ey. Scheißegal, what did this player, Alter, das kann doch keiner so schnell lesen, ey. Harte, originelle Interface, blablabla, blups, 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 blups. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas Spannendes passiert. Ich auch nicht. Wir könnten das Ganze jetzt... Escapen. Escapen, ja, weil ich bin mir nicht sicher. Ich hab's escaped und ich bin wieder normal. Okay, 3, 2, 1, escape. Ich bin schon lange zurück. So, ich bin auch gespawnt. No, hier ist nochmal ganz viel XP gewesen. Ich bin Level 1, 60 jetzt. Du Arsch, Alter, ich bin erst Level 40. So, wir haben jetzt den Enderdrachen besiegt. Wir laufen da jetzt noch hin. Unser Haus ist nicht da, unser Haus ist in die Richtung. Scheiße, wir haben PvP aus. Ich wollte dich gerade noch töten. Ja, nee, das geht gerade nicht so. Scheiße. Und leider, wir haben es leider ausgeschaltet. Oh nein. Leider Gottes wird es nix. Aber wir können die Welt noch in die Luft jagen. Vorher sollten wir natürlich ein Backup machen, weil vielleicht wollt ihr ja die Welt haben, die wir bespielt haben. Genau, das wollt ihr auch mal ansprechen. Dann können wir die hochladen. Ich denke mal, so groß ist die nicht, dass wir die irgendwie bei Mediafire oder sowas hochladen. Und dann ist sie natürlich in der Beschreibung verlinkt, ne? Genau. Wirst du aber scheitern. Hey, warte, nach Hause ist der Links von dir, da weiß ich nicht. Ach, scheiße. Du läufst voll an vorbei. Ich wundere mich schon, wo läufst du hin? Ja, einfach mal irgendwo hin, ey. Ganz weit weg. Alter, guck dir mal unsere Massentierhaltung an, ey. Das ist doch nicht mehr normal, Alter. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Einfach so? Nein, halt, 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 halt. Erst back up, dann alle Kühe töten. So, warte, ich geh ganz kurz. Aber was machen wir einfach hier in der Aufnahme live? Einfach kurz schnell back up. Das geht ja schnell hier. Ja. So, einmal kurz anmelden. Ich hab ja zum Glück den Browser noch offen. Wo ist es denn hier? Wo war denn das? Ach da, hier. Web-Interface. Ja. Ja. Wir haben den Enderdrachen gekillt. So, back up. Back up erstellen. Ja, wir haben den Enderdrachen gekillt. Ey, das ist, irgendwie war der nicht so heftig, wie ich gedacht hab. Also, ich hab echt gedacht, der wär richtig, richtig, richtig bosshaft. Also, richtig so, würde richtig viel aushalten. Aber irgendwie, oder würde uns auch richtig viel ziehen. Aber nein, irgendwie nicht. So. Back up ist erstellt. Ja, back up ist erstellt. Dann kannst du losgehen. Und voll durchrennen. Da, erst mal die ganzen Kühe hier fucken alles killen. Juhu, juhu. Tschüss, Chris. Bye, bye. Keine Kühe, Mädchen. Haut raus. Ich hab Stärketrank gesoffen, goldenen Apfel. Ach so, warte. Ich hau mir auch nochmal einen Stärketrank rein. Dann geht halt alles ein bisschen fixer. Dann ist das hier alles one hit. One hit, one. Man levelt so langsam, ne? Ja, weil du bist auch Level 60, ne? 61. 61. Da ist halt nix mehr mit Leveln. Nicht? Ich bin noch, ich glaub, ich werd noch 62, wenn ich Glück hab. Alter, ey. Ich bin noch, ich bin Level 40 erst. Mal sehen, ob ich noch Level 41 werde. Mal sehen, ob es soweit, ob es soweit kommt, ey. Ich glaube schon. Alter, wie viel Kühe haben wir denn? Mein Gott, ey. Ich fühl mich wie auf dem Bauernhof hier. Auf dem Bauernhof. Auf dem Bauernhof. Freaks auf dem Bauernhof. Ja, ne? Freaks macht Ferien auf dem Bauernhof. Da ist es, da, 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 da ist es irgendein Kinderbuch, ne? Ja, weiß ich. Irgendwie. Conny macht Ferien auf dem Bauernhof. Conny, Alter. Conny, die coole. So. Oder wir Kinder vom Süderhof. Ich glaub, das kenn ich auch noch. Das ist irgendeine Sendung, oder? War es nicht eine Sendung? Nein, auch, auch. Dingsens, auch Hörbücher. Und wie viel Fleisch hast du bekommen? Hm. Ich hab jetzt, äh, eins, zwei, drei, drei, sechs und neunzwanzig. Aber natürlich schon alles gebraten. Ich habe drei, sechs und eine und dreißig und sechzehn gebraten. Von dir. Hm, 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 hm. Da, da, da. So. Aber ich würde einfach mal sagen, ne, Leute. Wir haben mal gesagt, das Projekt zieht sich dem Ende zu. Genau. Wenn. Endet beim Enderdrachen. Beim Enderdrachen. Deswegen Game Mode rein, TNT nehmen und einfach die ganze Scheiße hier in die Luft sprechen. Die ganze, dieses hässliche Haus hier. Weg damit. Einfach direkt weg. Flash Game Mode ein. Kannst du das nicht, warte. Flash Game Mode. So, bitte. Danke. Ciao. Wenn dat nix wird, ey, Kai, dat. Suche. So, dann jetzt noch ein bisschen. Du kannst auch einfach mit Dings sammeln's da. Hier, das bisschen. Du kannst auch einfach mit der mittlere Maustaste das hier nehmen. So. Wir sprengen jetzt erstmal dieses hässliche Haus. Dat muss weg. Ja, ist so. Weil ich füge das auch von innen so ein bisschen ein, ne? Ja, mach das. Ich mach hier außen eine kleine Außenumrandung. Ey, weg, weg, weg damit. Dann sprengen wir gleich noch die fette Höhle da in die Luft. Genau. Dat scheiß Ding hier. Weg damit. So, hier. Wir machen hier einfach dat Fenster kaputt. Dat braucht eh keiner mehr. Scheiß. Ja, ich hab hier quasi auch schon durchs Fenster reingedrückt. So. Ich hoffe, das Backup hat geklappt. Sonst kriegt ihr die zersprengte Welt. Natürlich. 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 Irgendwas oder ein früheres Backup. Wir haben ja, ne, Backups gemacht. Genau, falls der Server uns mal komplett abschmiert. Genau, falls mal irgendwas trollt hier oder so. Keine Ahnung. Die Aufnahme mal abgespackt ist oder irgendwie sowas. Genau. Oder abspackt. Deswegen haben wir zur Not immer Backups gemacht. Ah. Guck mal, Patrick, was ich gerade mache. Ja, ich seh's. Warte, oben hast du oben schon? Ne, hast du noch nicht. Unser Schlafzimmer muss natürlich auch wegfliegen. Oh, ich hab eins schon angezündet. Echt? Ja, Achtung. Gleich geht hier alles los. Warte, 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 warte. Ganz schnell raus. Wow. Ha, ha. Ach du, Kacke. Wow. Ach du. Bei dir zwei FPS. Alter. Ich hab 23. Wow. WTF, Alter. Die Junge ist bei dir auch hier unten alles so weit. Ja, alles im Arsch, Alter. Wir haben die ganze... Ich hole nochmal die XP hier, ne? Die ganze... Danke. Das ganze... Alter, wir haben die Kühe alle zer... Äh, die Kühe, die Hunde alle zerfickt. So, was ist denn? Hier ist aber noch nicht alles kaputt gegangen. Das ist ja wohl scheiße hier. Das geht ja wohl nicht. Das geht ja wohl nicht an hier. Der Brauraum, weg mit der Scheiße. Bin ich doof? Und der... Das Portal, Alter. Weg damit. Braucht keiner. Hier noch irgendwelche Kisten-Scheiße. Ey, das braucht keiner. Voll so ein riesen Loch hier reingesemmt, ey. So. Das machen wir ja immer am Ende eines Projektes. Einfach hier alles in Luft zünden. Ja, das ist das, was am meisten Spaß macht. Drei, zwei, eins. Oh, kurzer Lag hier. Kurzer... Oh, hast du jetzt was gemacht? Hier. So, warte. Hier noch ein bisschen. Du brauchst keine Fackel dafür. Ach so, oh. Okay. Wow. Haha. Tata-tata-tap. Kann das sein, dass TNT irgendwie ein bisschen besser geworden ist? Ja, ein bisschen, ne? Guck mal, der Table hier. Alter, die halten ja beide, ey. Das ist ja voll scheiße. Was ist das denn dahinter? Wow, kurzer Frame-Drop gerade. Das ist gerade echt mal eine... Ey, da ist doch die Höhle. Die war mir doch schon drin. Lol, Alter. What the fuck? Ey, wie hat ich das denn angekriegt? Wie hat ich das denn angekriegt? Hat Radisson Feuerzeug in der Hand? Nein, ich habe keine Fackel vielleicht. Oh, du. Junge, wie weit man einfach runterkommt. What the fuck, ey. Einfach jetzt so einen negativen Tunnel noch hier ballern, Alter. So, what the fuck? Zack, 3, 2, 1, Bäm. Ich bin ganz nach unten. Echt? Ja, dann musst du ein bisschen mehr auffahren. Warte, dann gehen wir hier direkt einfach mal ein bisschen nach unten. Ja, so ja nicht. Ja, doch. Hallo. Alter. Hilfe. So, pass auf. So machen wir das. Zack, pass auf. Da hat der Server gerade geruckelt. Guck mal, Bäm, 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 Bäm. Wie geht's denn hier ab, ey? Wie geht's denn hier ab, ey? Was ist denn hier? Auf Ebene Bäm wahrscheinlich. So 28. Da ist Lava. Ich bin ganz weit nach unten gefallen. Ja, das kann ja nicht sein. Das nicht hier. Da. Wir müssen hier eine Linie einhalten. Wo bist denn du? Hier. So, bei mir geht's jetzt wieder rund. Mal sehen, ob das hier auch damit angezündet wird. Natürlich nicht. Doch, doch. Wow. Alter. Guck mal, durchgesprengt. Einfach alles durchsprengt. Alter, wir machen ja auch nur noch scheiße, ey. Ja, normal. Normal, grundsätzlich. Wow. Das, das. Da ist der Bäterock. Der böse Rock. Oh Gott, Alter. Bei mir ruckelt das hier ab und an nochmal ein bisschen. Bei mir überhaupt nicht. 60 FPS. Ja, jetzt auch. Aber bei mir spackt den... Ey, warum geht denn mein Ding hoch? Okay, 3, 2, 1. So, ich glaub, genug Zerstörung. Wir sind nämlich jetzt einfach bei 15 Minuten schon angelangt. 15 Minuten und wir waren, glaub ich, so nach 10 Minuten raus aus dem Nether oder so. Aus dem Nether. Aus dem Nether, mein Gott, ey. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Projekt hier gefallen hat, dann lasst gerne eine fette positive Bewertung da. Genau. Schaut auf jeden Fall auch beim Kai vorbei. Vielleicht gibt's ja bald dann noch ein neues Projekt. Und sonst gibt's noch Badwars und Co. Auf seinem Kanal. Und dann würde ich sagen, das war's. Ihr macht's gut. Haut rein. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao.